Hallihallöchen Popöchen und willkommen zurück bei Forrest. Ne, wie jetzt? Wieso? Ja, weiß ich nicht. Ich konnte den Fehler nicht lesen, weil dann war es schon weg. Ähm, pass mal auf. Ich starte mal im Steam erstmal neu. Machen wir das so. Das kannst du auch machen, ja. Ja, machen wir erstmal hier. Ich hätte jetzt gesagt, starte doch oder repariere das Spiel bei dir. Ja, ich gehe jetzt erstmal starte ich neu und dann gucken wir mal. Okay. Also irgendwie will das nicht so. Es will nicht. Drum bill ich. Oho. Fehidole. Gucken wir mal, da ist Hato aus. Fehidole. Die Fehidole. Die Fehidole. Die Fehidole. Die Fehidole. Auf Krabbereien. Genau. Öh. Rotten Fisch will ich nicht. Rotten Fisch, Rotten Fisch. So. So. Erstmal den Rotten Fisch weg. Wer bei der Tag? Forest of the Sun. Son of Forest, wenn. Nicht Forest of your Son. Ja, ist doch egal. Ich weiß auch, was gemeint ist. Dann ist gut. Kelvin. Mein alter kleiner Freund. Oh, was ich denn, du Scheiße. Da. Dann geh mal drauf. Dann geh mal. Lala. 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 Du bist müde. Warum bin ich müde? Ich brauche ein Energy. Wo kann man das nochmal reparieren? Rechtsklick drauf. Eigenschaften oder so. Hm. Eigenschaften. Da müsste da irgendwo entweder Datei oder irgendwie Dateien überprüfen oder irgendwie sowas stehen. Aber frag mich jetzt gerade nicht auswendig, wo. Hm. Ich suche gerade. Ja, warte mal. Ich gucke mal jetzt. Ich hoffe, dass das Game, die Aufnahme, bricht jetzt nicht ab. So, warte mal. Rechtsklick. Eigenschaften. Dann gehst du unter Updates. Ne, gehst du nicht. Lokale Dateien. Lokale Dateien. Genau. Und dann machst du, äh, Spieldateien auf Fehler überprüfen. Auf Fehler überprüfen. Genau. Superfade. Hab ich gefunden. Boah, das ist aber auch immer eine Sucherei, ey. Ja, das kann sein. Hast du hier angefangen, eine Mauer aufzubauen? Ja, einfach, damit die Steine nicht despawn. Achso. Einfach nur so. Also, äh, du kannst wohl nachher, wenn du einen Boden hast, kannst du damit auch Mauer machen. Ja. Das ist auch so, dass ich das richtig gesehen habe. Ganz witzig. Derlep, 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 derlep. Wie hoch kann man denn die Mauer bauen? Wie hoch kann man denn diese Mauern bauen? Ne, so hoch gehen die. Weiß ich nicht. Ach doch, geh wohl. Doch, du kannst, aber da musst du mal gucken, wie du das machst. Da musst du mal ganz schnell drücken, weil sonst, äh, trägt der das nicht hin. Dann hast du Lücken drin. So, 51%, 52%. Derlep, 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 derlep. Renn mal bitte schnell. Derlep, 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 derlep. Ich will rein. Nimm mal an, ich sage, ich will raus, ich will raus. Ich will rein. Nein, rein geht's. Ich will rein. Lass mich rein, lass mich rein. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert, warum ich einen Fehler hatte. Das ist das erste Mal. Update. Das ist dann meistens das Problem. Ich kann es ehrlich sagen. Ja, gut. Okay, noch. Eins, zwei, null und fünf fehlerhafte Dateien werden erneut angefordert. Dann, weil sie, dass man kaputt war. Es war was kaputt, fäng. Es war was kaputt, fäng. Ich, das war nicht. Es war was kaputt, fäng. Es war was kaputt. Also, dann macht er jetzt. Das macht er dann automatisch. Ja, ja. Jetzt sieh dir einfach, als ob du jetzt ein kleines Update gerade fährst. Sonst scheiße. Ja, es ist, wenn du updatest, ist natürlich klar. Und da schleichen sie schon auch Fälle ein, ne? Ja. Es ist nur kacke, wenn man noch nicht spielen kann. Das stimmt. Huch. Ist mir runtergefallen. Das ist nicht hoch. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Hopp, 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 hopp. Ich glaube, ich schlafe erst mal eine Runde. Juhu. Es ist Tag. Du hast Hunger. Hunger. Ja. Guck, dass er einen Mutanten selber nicht frisst, Junge. Ist ja eklig. Wie du isst, ey. Ne, ne, ne. Mit dem Jungen da weiß ich euch echt nix anzufangen. Mit dem Galben? Ne, ich selber. Ach so, das ist ja noch besser. Ich selber, ey. Der Rapp, der Rapp, der Rapp, der Rapp. Zwei Minuten. Was denn? Zwei Minuten? Ach so, die Updates? Ja, dieses verifiziert. Wird verifiziert. Was auch immer das ist. Oh, das ist dann, dann ist er aber echt, äh, was Größeres kaputt gegangen. Ja, weil ich kam ja auch nicht rein. Das war ja direkt am Anfang und dann kam, also ich konnte den Fehler nicht mal lesen, weil er war weg. Direkt das ganze Spiel geklost. Ja, ich hatte bis jetzt nur, das ist das erste Mal. Hm, stimmt. So, warte mal. Guck mal, ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen Fisch finde. Ist da ein bisschen Fisch drin? Und... Rof-Fisch. Es ist der Rof-Fisch. Hoffentlich klappt das jetzt. Ich hoffe es auch. Sonst, äh, muss ich einfach nur quatschen. Wann bequatschst du mich? Ja, dann bequatsch ich dich. Besser, als wenn ich dich begatte. Dir wird gar nichts begattet. Ha, Calvin, das schreib mich doch nicht so. Bist du des Wahnsinns? Äh, übrigens, äh, in den, in diesen, in diesen Schlitten kannst du jetzt auch andere Sachen, äh, außer nur Baumstämme reintun, ne? Ja, geil. Also auch Steine und so. Geil. Cool. Ich will jetzt rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein. Ach, hier wird ja eine neue Markierung, hat man ja auch. Manchmal ist das doof. Aber gut, da kann man nix machen. Ja genau, wir haben irgendwas gefunden, ne? Irgendwas, irgendwo, irgendwie. Irgendwie, irgendwann, irgendwann rum. Warum bist du denn so dumm? Ich bin nicht dumm. Ja, au! Ha, hat mich der Vogel erschreckt, Alter! Bis jetzt bin ich noch nicht geflogen, ich lade noch. Ja gut, das hast du ja vorhin auch gehabt. Ja, aber, da war ich ja wirklich kurz vor und dann war weg. Komm, lade weiter. Bitte, bitte, ich möchte spielen. Es ist nicht oder spielen. Und ich bequatsche. Das ist dann auch cool. Das wär'n Ruf. Ja, aber, ne, es geht aber schon mal. Bis jetzt. Das dauert ja eh mal ein bisschen. Es wär' so fade, schade. Ja. Aber da können wir erst mal nix ändern. Könnten wir erst mal nix ändern. Ich denke mal nicht. Ich bin drin, ich bin drin. Yay! Ich bin raus, ich bin raus. Warte mal, hab ich das da oben eigentlich fertig gebaut? Ist das fertig oder muss ich da noch bauen? Das wird was fertig, genau. Jetzt wollte ich mal gucken, was kann ich denn da machen? Da kannst du bestimmt Feuer drin machen. Ah, musst du Holz reinlegen? Und dann machst du Feuer im Ofen. Ah, okay. Und jetzt hab' ich da Feuer. Guck mal. Wow. Wow, Fisch. Gut, den mach' ich mal. Einen mach' ich mal rein. Ich hab' eh Hunger. Ich mach' zwei rein. Mach' den Fisch mal rein. Fisch ist da frisch. Und dann kannst du da drin braten. Nein, Mist. Kannst du auch den Topf da reinsetzen. Und natürlich, der Vorteil ist, weil da ja jetzt Stein drum ist. Er ist grad länger. Ah, hier ist schon wieder überall Stein. Jetzt hab' ich schon wieder einen Stein aufgenommen. Warte mal. Okay. Reparatur. Reparaturwerkzeug. Wie repariere ich den jetzt? Wie, jetzt reift mich einer an. Ich schwöre. Geht gar nicht. Ah. Okay. Gut. Ich hab' Hunger. Ja, weiß ich. Aber ich wollte mal eben den Fisch aufhängen. Den Rohfisch. Soll ich den... Ne, den Arm häng' ich jetzt... Doch, ich häng' den Arm auch auf. Kann ich den aufhäng'? Ah! Scheiß Speer, Junge! Cool. Also, hier sind so viele Steine. Jetzt so riesen Dinger. Das ist total kacke. Aber die baue ich ja eh nachher zu. Genau. Außerdem können wir, ähm, sonst noch, ähm, hinten gut welche gebrauchen. Also vorne. Ich bin da nämlich auch so eine kleine... Ja, wir können da, genau. Ja, wir haben hier drinnen ganz viele. Ich hab' ja extra die Mauer aufgebaut. Und ich glaub', der ist verkohlter Fisch. Ist es Kohlfisch? Ist dies der Kohlfisch? Aber der macht noch satt. Ist er denn noch frisch, der Kohlfisch? Ach, das ist der... Ach, ich krieg' schon wieder Panikattacken hier gerade. War nicht rotten. War row. Man hätte er ja auch nicht satt gemacht. Der war nur ein bisschen verpohlt. Oh, du kleiner Grofisch. Du kannst die Mauer hier drinnen auch eigentlich abbauen. Also, so ist das nicht. Ich hab' die jetzt nur... Alles gut. Hast du ja gesehen, wie hoch die schon, wie hoch ich die gebaut hab'? Ja, ja, alles gut. Weil ich wollte hier drinnen jetzt weiter bauen. Weil so oder so muss ich die nachher abbauen. Ich fang' ja hier an unten, sonst kann ich da oben nicht weiter bauen. Das ist total doof. Manchmal sind so manche Sachen richtig doof, ne? Aber wieso komm' ich jetzt hier nicht raus? Boah, ist das ne Kacke. Lalalalalala, liebe Fee. So. Sei doch mal Cray. Ich muss gleich Baumstämme holen. Äh, ja, hier hinten sind auch noch Baumstämme. Ich kann dir gleich welche bringen. Das ist gar kein Thema. Das wär' gut. Dann wär' gut, sagt's. Oh nein, ich hab' die Pfanne abgebaut, die du gebaut hast. Scheiße. Passt schon. Alles gut. Sollte eigentlich nicht passieren. Ich wollte eigentlich nur zwei Steine raus haben. Ähm. Ah, shit. Jetzt kann ich hier auch nicht mehr aufbauen. Kommt hier reparieren, komm. Ja, ich brauche sie gleich auf. Kommt gut. Äh, weil du musst, äh, weißt du, warum du die nicht aufbauen kannst? Ne. Weil dafür brauchst du, äh, gibt's ne, ähm, ähm, so'n, äh, ne Vorlage. Achso, oder mal. Ich find' die sehr. Regenfinger. Regenfinger. Achso. Vogelhaus. Ja, das müssten wir auch mal machen. Holzschlitten. Einfacher Holzschlitten. Wir hatten die ganzen Bäume dahin geplatscht. Hä? Welche Bäume? Ja, hier in den Boden. Dann kann ich die Stämme ja eigentlich nehmen. Weil Holzmauer will sich safer, ne? Äh, Steinmauer. Hm. Hä? Muss man halt. Achso. Ich find' diese Wassergeräusche so geil. Hm. Wenn du gar nicht am Wasser wirst, äh. Muss ich mal so lachen. Ja, das stimmt. Okay, jetzt misch wieder hoch. Okay, hab ich repariert. Okay. Gott. Good boy. Ey, immer. And ever, and ever, and ever. And never, and never, and never. Aber hier gibt's viele Steine auch draußen, äh. Naja, auf jeden Fall. Auch drin, die sind relativ zügig gespäuert. Wir haben wieder ganz viele Bäume in der Nähe. Das ist ja mega. Und einen Baum inmitten drin, äh, den muss ich noch fällen. Einen Baum inmitten drin, was ist denn das für ein Deutsch? Einen Baum inmitten drin. Hm. Ich weiß, was ich hier mein. And ever, and ever. Überhaupt nicht. Nö. Ich hab hier einen Baum. Warte. Und ich düse, düse, düse im Sause-Schritt. Und bring's dem Popanz mit. Die war's. Popanz. Die war's. Popanz. Was ist denn Popanz? Kennst du nicht Popanz? Oh. Weih, was ist los mit dir, ey? Also, du machst mich ein bisschen traurig. Ich mach dich traurig. Hm. Ein bisschen schon. Hast du gerade was abgerissen? Ja. Ah, okay. Ich muss. Wieder Rapper rein. Ich will da nicht drauf. Wieso kann ich denn da jetzt nix drauf bauen? Hä? Wie drauf bauen? Auf die Mauer. Nee, da will ich nicht hin. Ich will da hin. Nein! Oh. Jetzt hör doch mal auf, dass... Ich hab schon wieder Angst, dass ich gleich die... Nein! Ich hab die Falle schon wieder abgemacht. Das gibt's doch nicht. Alter, das ist so ein... Drecks... Mist. Kacken. Dreckmist. Dreckkacken. So. Ich muss gleich mal den Stamm da unten wegmachen, damit der bloß nicht wieder neu wächst. Ich baue die Falle jetzt woanders hin. So. Na. Du blöde Falle jetzt. Lass dich doch mal eben hier positionieren. So. Nein, das wollte ich doch... Wie der bloß nicht mehr nachwächst, das war nämlich... Ist richtig doof. Die hat gesagt, ich bin doof! Sicher bist du doof. Wir sind verheiratet. Okay. Jetzt weich hier einfach zu. Ja, da ist die Tür. Ja, jetzt... Wo ist der Baumstamm? Hier. Wo? Nur wo ist mein Baumi-Stami? Der ist jetzt kaputt, damit der bloß nicht mehr nachwächst. Ist ja total... Jetzt haben wir einen Baum weniger. Du alter Baummörder. So, wie sieht's denn aus hier? Da können wir nochmal... Hier zwei Bäumchen. Ja, ja, so. Verflucht. Wie komm ich denn mit meinem... Mit unserem Schlitten hier wieder raus? Verflucht seist du und auch ich. Ja, la, 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 la. Sei doch mal ganz nett. Bist du ins Wasser gefallen? Ne. Ja, doch. Da sind Stämme ins Wasser gefallen. Ja, ich weiß. Warum machst du denn da kaputt alles? Ja, weil ich nicht mit Absicht. Warum machst du denn alles kaputt wieder, Fee? Ey. Ja, weil ich den Baum fällen wollte. Ich kann nicht weiterbauen, wenn der Baum da mittendrin steht. Ja, warum hast du das kaputt gemacht jetzt? Ja, das ist durch das Fällen. Der Baum ist... Das geht nicht. Das geht nicht, Fee. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht, nein. Du siehst doch, dass das geht. Ey, jetzt ist alles kaputt. Ich bin fast... Ja, das heißt aber, du kommst auch nicht mehr an die Sachen dran, oder? Ja, weiß ich nicht. An manche kam ich dran, an manche nicht. Ist mir auch kackegeil jetzt. Komm mal wieder auf. Ich komm nicht mal rein. Scheiße. Hier? Ja. Fang. Das ist gut. Ja, das ist total kacke, weil hier mittendrin ein Baum gewachsen ist. Ey, das ist ja... Du darfst nicht weiter bauen. Nein, hör auf. Ich baue doch gar nicht. Ach so. Hä? Warum gehe ich denn jetzt dann unter? Hä? Jetzt kann ich wieder stehen. Toll. Ja, es ist... Äh, oh. Warte, den kann ich, glaube ich, annehmen. Ja? Der hängt nämlich da drin. Okay. Dann kann ich den... Ja, habe ich. Ich bin schon wieder am schwimmen, ey. Ja, es ist manchmal total dämlich. Alter, ein bisschen alter Opa. Ja, das ist ein bisschen alter Opa. Oh, sorry. Du bist ein alter Opa. Wie geil. Voll der Obi. Obi. Oh, pff. Ja, dann habe ich dir jetzt alle wieder gegessen. Danke. Ich gib's dir. Ich gib's dir. Ich gib dir. Alter. Ich merke es schon. Ja, der Baum hätte sogar so gestört. Der hätte sogar so weggemusst. Mhm. Obi. Ich bin schon wieder durstig. Das gibt's doch gar nicht. Ich hatte voll den Lack gerade. Das war kacke. So. Trinken wir uns mal zu hier. Hä? Trink doch noch mal was. Jungen, trink doch noch mal was. Oh, ich hasse diese Lachse. Lachse? Lachs. Lachs. Der Lack. Der Lack. Ja, sie erst lackt. Also manchmal ist das echt doof. Ja, klar. Bist du da gerade am Bauen und was am Machen und guckst, dass du irgendwie, weißt du, und dann... Ja, bis am Lecken. Ja, dann leckst du. Dann leckst du. Bloß, dass du mich da auch noch abwirfst, das ist dann ganz geil. Ich hab nichts getan. So, das waren dann die letzten Baumstämme, die wir hier gesammelt hatten. Ja. Zack. Ich würde da mal, glaube ich, ein bisschen Holzhacken gehen, man. Lalalalalala, lalalalalala, lalalalalala. Äh, der Lockholder. Kann auch ich gewesen sein, dass wir so viele nämlich gefällt, gefällt haben. Vielleicht sollten wir mal hier den Stimmdödel da gleich losschicken wollen wir. Ja, ja, klar. Könnten wir machen. Sammeln. Der soll ja auch arbeiten. Sonst kriegt der nix. Ich weiß ja gar nicht, wo der ist gerade. Der läuft wahrscheinlich rum oder so, ne? Nein! Ich hab... Oh, ich hab die Wurzel kaputt gemacht. Scheiße. Das war nicht mit Absicht. Manchmal geht das auch so schnell, ne? Ja, das war zum Kotzen. Da wurde die, die weg haben willst, da geht die net weg. Da wächst da ein riesen Baum mittendrin, wo du denkst so, äh, ja. Das passt jetzt vor allem. Dies hier habe ich gefunden. Okay. Das ist unheimlich. Ich weiß jetzt wieder, warum haben die so gerne verbannt zwischendurch. Wo ist der Calvin? Irgendwo vorne sitzt er. Ah, Gott. Ist das geil. Ich liebe meine A. Ich find das geil. Wenn die anfängt auf einmal. Und dann denkst du halt so, äh, ja. Geil. Ich wollt gar nichts von dir. Oh, oh. Besuch kommt. Oh je. Und die kommen jetzt hier auch noch rein, weil ich hab ja noch keine Mauer hier oben. Aber ich wollte hier oben nämlich nachher die Steinmauer außen bauen, weil wir können ja nicht so viel immer nur, weißt du, so, beziehungsweise eine Holz und dann anfangen mit Stein weiter. Weil wir bauen ja eine Tür. Und deswegen habe ich die Steine hier so schön hinge... Äh, wie sagt man? Klinge make it. Genau. So schön, ähm... Straffiert! Oder so. Und jetzt... Ich meine, natürlich jetzt die Gefahr ist, dass die hier reinkommen in die Brücke. Ich gucke die Augen gerade ab. Na, nicht wirklich. Der eine fette guckt gerade. Oder ist der tot? Der hängt bei mir in der Luft. Echt? Okay. Okay, der ist tot. Der saß bei mir so, äh, was ist das? Oh, da ist noch einer. Ich hoffe, die Finja ist im Bett, weil wir sind am Aufnehmen. Wenn wir nicht, gibt es Geschnetzeltes. Geschnetzelte Finja? Okay. Lecker! Mmh! Kinderragou. Äh, haben wir immer mit dem hier eigentlich vor? Mit so Leuten, die hier so... Äh, verbrennen? Da muss man mal so ein Problem machen. Ja, aber... Boah, aber wir haben ja eigentlich genug, ne? Schwimmer. Kann man jemals genug... Boah! So, ich doch. Ich hatte die ja eigentlich vorgewarnt. Ja, verbrennen die doch hier. Ja, das wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte gerade... Komm, ich mach auf. Ich wollte jemanden killen. Ah, okay. Warte, ich mach Feuer. Also, kommst du von der Seite an und... Ih, da spritzt ja noch Blut raus! Sicher jetzt erst. Da, aus dem. Körper, den ich ja gerade da direkt am Feuer... Siehst du das? Ja, du hast den Kopf abgehackt. Siehst du, wie? Da konnte ich ja nichts für. So können wir ja hacken, 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 hacken schon mal ab. Warte mal, ich mach hier dann noch so ein... Ähm... Wie heißt denn das? Aufbewahrungs... Ey, wieso hab ich keinen Körper... Hä? Ich hab jetzt G, ich könnte den Kopf ablegen, hab aber gar keinen Körper aufgenommen. Ja, warum auch nicht? Kann ich den natürlich nicht aufheben, weil ich hab immer noch G. Warte mal, vielleicht geht das weg. Steinsammellager, ne? Wo oder denn? Ich kann nicht im Inventar, ich kann nix. Ich kann hier nicht die Börse sammeln. Boah, ich kotze hier gerade ab. Was ist bei dir los heute, würde ich sagen? Ja, das ist Buggy heute. Weiß, ich spring mal im Wasser, hab ich den Körper immer noch. Ich schwimme auch ganz normal. Ähm, ja. Ja, ich verabscheuere mich mal eben. Mach das, weil ich mach jetzt eh gerade Aufnahme. Stop it erstmal. Ich muss mal eben raus. Ja, okay. Ciao mit V, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.